Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Heute ein ganz interessantes Thema. Ich werde immer mal wieder gefragt, Michi, wie sieht denn deine Ernährung aus? Wie wichtig ist Ernährung im Kampfsport? Dazu heute einiges von Markus, von mir. Ihr dürft gespannt sein. Wie bereits angekündigt, geht es heute um Ernährung. Ganz, ganz heißes Thema. Da gibt es ja sehr viele Meinungen. Jeder hat irgendwie eine andere Meinung, jeder hat irgendwie einen anderen Plan. Und es gibt so viele Geheimrezepte, aber irgendwie funktioniert doch nichts, aber irgendwie doch alles. Ich weiß auch nicht. Also im Kampfsport spielt es eine sehr untergeordnete Rolle. Viele meinen, dass es extrem wichtig ist. Aber man muss dazu sagen, wir als Kampfsportler sind keine Fitnessathleten. Das heißt, wir gehen nicht auf die Bühne. Wir müssen keine 8% Körperfett haben. Wir müssen als Kampfsportler unsere Leistung bringen. Das ist das Wichtigste. Natürlich sollte man athletisch sein, weil Fett natürlich verlangsamt auch. Wenn ich jetzt so eine Wampe habe, werde ich automatisch langsamer, habe weniger Luft. Aber es gibt auch wirklich Profi-Fighter, die sind Fett oder nicht wirklich gut trainiert. Tyson Fury zum Beispiel und ist trotzdem fit. Also da muss man wirklich unterscheiden. Der Markus macht auch immer eine sehr, sehr krasse Diät. Er fährt ein sehr hohes Kaloriendefizit. Markus, beschreib mal, wie fühlst du dich denn im Training? Ist das produktiv fürs Training, fürs Kampfsporttraining? Also man merkt ganz deutlich dann ab einem bestimmten Level einfach die Zielkonflikte zwischen Fitness oder gar Bodybuilding und dann eben Wettkampf-Kickboxen. Man merkt, wenn man eben diese Ernährung fährt, um eben den Körperfettanteil runterzukriegen, hat man einfach nicht mehr die Power, die man eben im Kickbox-Wettkampftraining braucht, um einfach die Prassenarbeit voll zu machen, um voll die Runden zu gehen. Das merkt man ganz intensiv. Also man hat definitiv da Shortcuts. Ja und jetzt als Tipp von mir, wir merken es jetzt im Training auch vom Unterschied von der Power her, der Markus hat es gesagt, ich bin gut, ich bin Schwergewichtler, muss man dazu sagen. Ich darf und kann viel essen. Diejenigen, die auf ihr Gewicht achten müssen, sollten natürlich schauen, dass sie nicht so viel fressen, dass sie 10 Kilo Übergewicht haben und dann zwei Wochen davor nochmal 10 Kilo abnehmen. Ich habe da ein Video darüber gemacht mit Philipp Harburger, Weight Cut. Das ist natürlich nicht so toll, auch nicht für die Kraft. Aber man sollte als Kampfsportler, so mache es ich zumindest und das einfach nur als Tipp von mir an euch, ernährt euch gesund, schraubt Zucker runter, isst aber gesunde Sachen, aber nicht zu wenig. Ja, ich esse auch Nudeln, ich esse auch Reis, ich esse aber auch mal Scheißkram, ja. Ich esse auch mal Blödsinn, aber nach einem harten Training ist das in Ordnung. Wenn man sich jeden Tag Fastfood reinballert, ganz klar, auch von den Nährwerten her, ist das natürlich Quatsch. Jeden Tag Süßigkeiten, totaler Blödsinn. Aber so einen gesunden Mix und wirklich Zucker versuche ich wirklich weitgehend zu vermeiden, mache ich auch nicht immer. Markus ist da sehr diszipliniert, weil er da sehr drauf schaut. Aber ich bin wirklich Leistungsathlet im Profibereich und deswegen sage ich auch mal nach zwei harten Trainingseinheiten, so wie heute, ich trinke auch mal Arizona Eistee und kein Wasser oder sowas. Und deswegen, ich lege es euch ans Herz, schaut auf eure Ernährung als Kampfsportler, gesund ernähren, ja, meinetwegen auch frisch ernähren, keine vielen Fertigprodukte nehmen, aber jetzt nicht abwiegen, nicht unbedingt einen Ernährungsplan krassen machen und sich da durchquälen und ihr kriegt keine Leistung dann im Training, sondern schaut drauf, wenn ihr im Spiegel merkt, hey, ich fühle mich unwohl, dann schraubt ihr vielleicht ein bisschen weniger runter, aber wenn ihr im Training merkt, dass ihr keine Power mehr habt, dann schraubt bitte das Essen wieder hoch, weil es bringt euch im Kampfsport nicht weiter. Das hat euch auch bitte immer im Klaren darüber, ihr habt pro Tag nur ein begrenztes Kontingent an Willenskraft zur Verfügung und wenn ihr wirklich ein Ziel habt, wo ihr sagt, das ist mein Traum, das ist mein Hauptfokus, dann steckt alles in diesen Hauptfokus rein und dann verschwendet eure Energie nicht, indem ihr ein bisschen da eben einsetzt, auf meine Ernährung achten, ein bisschen da einsetzt, viel Lernen, ein bisschen da einsetzt, viel Training, sondern steckt das wirklich alles, in eine Tätigkeit, bei Michi ist das Training und dann kommen bestimmte Aspekte eben auch ein bisschen kürzer. Deswegen, viele sagen immer, hey Michi, du hast ja gar kein Sixpack. Ja, weil er eben die Zeit, die er in sein Sixpack investieren würde, in sein Training investiert. Ja, im Englischen sagt man, you have to give up something in order to get something. Hier ist es auch so, man muss eben was opfern, um eben wirklich in einem Bereich der Beste sein zu können. Sixpack ist ein gutes Stichwort und zwar, Markus hat es gerade schön erwähnt, man muss Prioritäten setzen. Momentan ist meine Priorität oder so wie auch oft einfach das Kämpfen und Gewinnen. Aber nach dem 1.7., nach meiner WM-Titelverteidigung auf Sat.1, haben wir ein Projekt geplant. Und zwar ein Sixpack-Projekt, da wird meine Priorität sein, Sixpack zu schläden. Das heißt, ich werde euch zeigen, dass ich das auch kann und dass es auch geht, wenn ich die Prio darauf setze. Und wir werden das auch dokumentieren mit Videomaterial und wenn ihr da Bock drauf habt, dann werden wir euch das auch für einen geringen Betrag, sage ich mal, zusammenstellen. So eine Ernährungsweise, wo dann wirklich auch ein bisschen mehr auf Fitness gezielt ist. Jetzt nicht unbedingt auf Kampfsport, kann man im Kampfsport natürlich auch verwenden. Aber wo wir euch das zusammenstellen, wo ihr dann auch ein Sixpack bekommt oder geschreddet werdet und unter 10% Körperfett kommt. Das natürlich erfordert sehr, sehr viel Disziplin, muss man auch ganz klar sagen. Ich bin gespannt, ob ich das durchhalte. Markus, deine letzten Worte dazu noch? Ja, meine letzten Worte sind, ich kann eigentlich nur noch mal unterstreiten, was du bereits gesagt hast. Ernährung hat definitiv seinen Platz im Kampfsport, aber wirklich einen untergeordneten Platz. Es sind hauptsächlich zwei Funktionen, die die Ernährung meiner Meinung nach im Kampfsport hat. Das eine ist natürlich der Weightcut. Wenn ich Gewicht machen muss, muss ich auf die Ernährung achten. You can't out-train a bad diet. Das heißt, wenn ich reinfresse, kann ich so viel trainieren, wie ich will. Ich nehme kein Gewicht ab und eben auch kein Fett. Und der zweite Aspekt, den hast du auch schon kurz angesprochen. Ja, es geht zwar nicht primär um den ästhetischen Aspekt im Kampfsport, dennoch bringt es mir einen Vorteil, wenn ich viel Körpermasse habe, mit der ich was anfangen kann, also Muskulatur und wenig, die eben einfach nur rumliegt, wie zum Beispiel Fett, ja, und die keine große Funktion hat, außer vielleicht mich zu panzern. Und desto effektiver kann ich natürlich auch kämpfen. Also es hat definitiv einen Platz, aber wie gesagt, seid euch im Klaren, was ihr wirklich wollt. Das war es auch schon zu dem Thema. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen die Augen öffnen, gerade Kampfsportlern die Augen öffnen. Und wenn ihr wirklich Bock aber habt auf einen Ernährungsplan, wie ihr euch richtig ernährt, Ernährungsweisen lernen und ein Sixpack zu bekommen, dann, wenn ihr Bock auf so ein Produkt habt von uns als Profi, ich meine, wir kennen uns in der Ernährung langsam auch ein bisschen aus, wir machen das auch schon jahrelang, dann schreibt es doch unten in den Kommentaren, ja, Hashtag Ernährung, dann wissen wir, ihr habt Bock auf so einen Plan. Und da stellen wir auf jeden Fall nach meinem Fight irgendwann mal was für euch zusammen. Ansonsten warst du es mit dem Video. Unser Buch, unser Online-Trainingsprogramm, unser Merch, hier das T-Shirt, alles unten verlinkt. Und Facebook, Instagram, Snapchat auch unten verlinkt. Danke, Markus. Und das war Markus. Ich habe es gerade gesagt. Markus und mich, ich komme hier schon wieder ins Schwitzen. Es ist zu heiß. Markus und mich als Moolig haut rein. Jetzt gehen wir was essen, oder? Markus hat meine Frage, warum hast du eigentlich heute drei Cheeseburger gegessen? Ja, ich habe einfach Hunger, aber ich mache die Kamera aus, oder? Ja, die Kamera ist auch. Oh, fuck, die ist ja noch an.